Ich weiß nicht, David ist halt... Keine Ahnung... Das muss ich mit David sein. Danke für den Trailer, Roadkill, Bruder. Das sollte mich direkt zu dir führen. Achtung an, die hochzunehmen. Das ist ein Schrauber. Das ist ein Schrauber. Das ist ein Schrauber. Das ist ein Schrauber. Oh Gott, no! They're everywhere! Don't let them get you. Hang on, Gabe! Help! Help! God, help! Keep fighting, Gabe. Help! Somebody out there! Hang on, Gabe! That's right! Focus on me! Oh, come on! That's it, that's it! Ah! Ah! Oh! Bambi! 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 Bambi Es ist einfach... Es tut mir leid, Javi. Das ist warum wir crashed haben. Ich werde ihn sprechen. Unless du willst. Nein, nein. Kannst du? Bitte? Natürlich. Ich habe mich nicht mehr auf den Muertos. You know what Pa told me? The day Gabe was born? Was ist das? Es braucht alles. Für mich ein Kind. Micho. Und ich will nicht Geld. Oder Zeit. Oder Patience. Ich will alles. Wenn du alles geben... Es ist schwer zu wissen, was du machen. Wenn du alles verlierst. Es ist... Es ist... Ich weiß, dass du was du gedacht hast, David. Es ist niemals einfach. Gabe. Geben Sie ihn, Javi. Du musst dich... von uns. Bitte. 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 Javi. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Mein kleiner Junge. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Gabriel, te quiero, Mariana, te quiero, Javier. I'll do it. Before he turns. It's my responsibility. I can do it. Okay, Gabe. He'd be proud of you. I hope so. I know 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 so. We have to head back. Come on. I know so. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Kate! 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 Call out to me! Kate! 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 Please! Kate! Kate! Where are you? Kate! Kate! Javi! Javi... I think she's... gone. Just... gone. No! No! This isn't fucking happening! Jade! Kate! Javi! What.. What happened?! I don't know buddy.. I can't find her.. I can't stop looking! Kate where are you! Kate! 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 Hey, where the fuck are you? Maybe you should have stayed with her instead of going after me. Maybe she'd be okay. Maybe you wouldn't be. Such an asshole to her. All the time. I'm sorry, Kate. Forget all that, buddy. She loved you. Plain and simple. I loved her, too. I don't think I ever told her. I tried to stop him, Javi. That's why we hit the Muertos. I thought that if we just went back, I thought I could save him. I thought I had to. Dad. You don't deserve that guilt. You took a stand. You tried to do the right thing. He died because of it, Javi. Sometimes that's what happens. But that doesn't mean we stop trying. Mariana. Kate. Dad. I wonder which one of us will be up there next. It's all that's left of them. Pieces of paper looking back at us, but never seeing us. What the hell are we supposed to do with that? What do we do? With any of this? Maybe we can figure that one out together. We're gonna have to. Es geht jetzt echt weg. Oh man. Heading out? Yes, indeed. We came here to put an end to the raiding. Looks like that's been done. Glad we got it settled. Gotta move on. I gotta admit, man. You're a fucking badass. You're a real charmer. You know that? Through and through. Oh, you know what they say. Takes one to know one. That they do. I was worried about you, Javi. About who you are inside. You helped save these people, though. That goes a long way for me. Second chances are in short supply these days. That's what this place can be, if you let it. Trust me, though. Life within walls is a hell of a lot different than life on the road. Don't take shortcuts like Joan. You gotta do the right thing. Always. Good days, and especially bad. Absolutely. The right thing. No matter what. Good to hear. I read people pretty well. Little gift of mine. You're a capable guy, Javi. Change is in the air here. You can lead that change. And I think you should. For the better. God knows this town could use it. You know what? I'm gonna step up. Lead this place in the right direction. Then as far as I'm concerned, Richmond's in much better hands than it was. Hey. Uh. Jesus. Hey. Uh. Gabe. Thanks for, you know, not letting me get killed. And for coming back to help us. Yeah. Thanks for that, man. Pay it forward. Be vigilant. Trouble never stays too far away. So you're out of here too, huh? Yeah. It's time. I have to find AJ Javi. I've waited so long. But could you do me one last favor before I leave? Of course, Clementine. I used to do this for my niece. That's nice of you. She thought I was terrible at it. Were you? None of your business. I'm really gonna miss Gabe. I mean, he's super annoying sometimes, but I've gotten used to having him around. At least to have someone to talk to, even if he is a total dork. Not that he said anything to me in particular, but you know the guy's got a mondo crush on you, right? He does not. Oh my gosh, you have a crush on him too. I do not. Well, you both have my blessing. I'm gonna stab you with those scissors. I have to see AJ Javi. I have to see that he's okay. Do you think he remembers me? At least a little? Maybe? Who could forget you, Clement? No one who knew you, I guarantee it. Yeah, maybe. Everyone told us he was better off. After everything that's happened, I'm starting to think they're right. I don't know if I was a good mom or not. I can't stop thinking about it. It's not about good or not good. You kept him alive. You did your job. Until someone else had to do it for me. Gabe told me you used to play baseball. I did. I loved it. He told me you fucked it all up too. Yep. Sure did. Well, you survived. I had to. But you loved it. How do you survive that? How? If you really loved it, how? You get back out there and find something better. There may not be something better out there. You won't know until you step outside. Oh, no. You know what? I'll grab your hat. I remember this team. Your dad ever teach you about baseball? No, not really. Well, you come back. I'll tell you all about it. It's a deal. If I bring AJ back with me, will you teach him too? You bet. He belongs with you, Clementine. Bring him back. Bring him back. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Du warst erleichtert, als du Kate lebend auf dem Stadtplatz fandest Du unterstütztest Kates Plan, aus Richmond zu fliehen Du erzähltest Kate, dass du eine Zukunft mit dir willst Nachdem du Richmond gerettet hattest, war Kate nirgendwo zu finden Hätte man die finden können? Aber wenn David halt daneben stand, wollte ich nicht unbedingt zeigen, dass ich sie vielleicht mag Dein Erlebnis mit Gabe war rücksichtsvoll Du machtest Gabe unglücklich, weil du nicht nach dem Trailer bliebst? Achso, ja, der wollte hier unbedingt bleiben So erzählt es Gabe die Wahrheit über seinen Freund aus der Nachbarschaft? Nachdem David mit Gabe wegfuhr, bist du deinem Nerven nachgegangen Du hast Gabe versichert, dass ihr euch eure Trauer gemeinsam stellen werdet Trip, ja, gestorben Du hast Trip beruhigt und versprochen, dass du im Prescott keine Probleme machen würdest Dann fuhrst du mit Trip zum Schrottplatz Schließlich gewertest du Trip das Leben Aber Jonah schoss ihn, um dir eine Lektion zu erzählen Das war auch richtig böse Du hast Eleanor im Prescott gelassen, als du zum Schrottplatz gegangen bist Eleanor hat deinen Plan zur Revolte gegen John verraten Aber du vergabst Eleanor, dass sie dich bei John verraten hat Ach ja, wir sind doch lieb Hey, hätten wir die Leute auch retten können? Clementine lehnte Avers Angebot ab, die neue Grenze zu treffen Dann überzeugtest du Ava, euch zu helfen, nachdem sie dich und Gabe erwischt hatte Als ihr Waffen stellen Ja Obwohl du sie nicht als diejenige gewählt hattest, die leben sollte Stab Ava letztendlich, als sie hier auf der... Gibt das weit runter? Nein Aber sie hat mir das Leben gerettet bei dem Auto Clementine ignorierte Wingards medizinischen Rat hinsichtlich AJ Und das war auch gut so Dann gabst du Lingard eine tödliche Spritze Er wollte es Und Lingard verriet dir kurz vor seinem Tod, wo AJ Ja, wo es sich auffällt Conrad Du hast nicht an Conrads Pokerspiel teilgenommen Als Gabe Conrad dann bedrohte, überzeugtest du deinen Nerven, seine Waffe zu senken Später hast du Conrad im Tunnel erschossen, nachdem er Gabes Leben bedroht hatte Ja Und er wollte Clementine abpressen Jesus Als du ihn traf, vertrautest du Jesus und fesselst du seine Hände nicht Dann versprachst du Jesus immer das Richtige zu tun, um Richmonds Überleben zu sichern Schließlich versprachst du Jesus, du würdest dabei helfen, Richmond zu führen Vielleicht hilft's ja was Tron Du sagtest nichts, als Tron besuchte dich über Marianas Tod auszufragen Der hat es aber wegen David gemacht Dann scheiterte dein Plan, Tron loszustellen Zur Zeit ist Trons Bestandort unbekannt Leider, leider Die wird vielleicht nochmal Schwierigkeiten machen Clint Clint warf dich aus Richmond raus, weil du Benzin gestohlen hast Dann nahmst du Clins Angebot an und verschont hast Trons Leben Schließlich erschoss David Clint auf der Bühne, nachdem du Clins Angebot zugestimmt hast Ja Du bist mit David an der Kante gestanden Nö Du und 8% der Spieler stellten sich nicht zu David Ach der komm, der war so unberechenbar Am Schluss hat er mich darunter gestoßen Oder hin oder her, deswegen hab ich ihn am Schluss nicht geschlagen Weil er ist halt doch mein Bruder Aber ich wollte da nicht drauf Was hast du zu David über Kate gesagt? Du und 28,3% der Spieler gestanden die Affäre mit Kate Was haben denn die anderen gemacht? 53% der Spieler gestanden ihre Liebe zu Kate 15,9% der Spieler leugneten die Affäre mit Kate Aber David glaubte ihnen nicht Und 2,2% der Spieler haben nichts gesagt Okay Hast du mit David gekämpft? 63,5% der Spieler und ich haben gesagt Nein Er ist halt schließlich doch unser Bruder Bist du Gabe und David nachgegangen oder bei Kate geblieben? Du und 35,9% der Spieler gingen Gabe und David nach Ja, ich glaub vielleicht hätten wir Kate doch retten können Aber andererseits, wenn ich mir vorstelle Clementine alleine da bei der ganzen Horde Das ist echt schwer manchmal Aber wir haben uns so entschieden Ist Clementine mit dir mitgekommen? Du und 53% der Spieler waren nicht bei Clementine Als ihr Hilfe brauchtet Was? Wo waren das? Weiß ich grad gar nicht Ich hoffe aber, wir haben alles richtig gemacht bei Clementine Ich hoffe, die kommt zurück zu uns Na gut Deine Clementine wurde mutig und selbstbewusst Ah, schön Wir haben sie richtig erzogen Als eine Tragödie die Gemeinde im Wellington traf Verloren Clementine und Rachel ihre Gruppe Und wurden wieder ganz alleine auf die Straße gezwungen Nachdem die Umstände sie zum Beitritt in die neuen Grenzen gezwungen hatte Nutzte Clement deren Ressourcen ohne zu zögern für ihre eigenen Zwecke Was zu einer Verbannung und einem tränenreichen Abschied führte Als Javi und David beim Wasserturm kämpften Erinnerte sich Clementine an einen ähnlichen Kampf vor langer Zeit Sie brachte die Situation unter Kontrolle, indem sie David eine Waffe an den Kopf hielt Und sie eine Eskalation verhinderte Nachdem David mit Gabe im Truck wegfuhr, beschloss Clement, dass es die beste Strategie sei Sich aufzuzahlen und so vielen Leuten wie möglich zu helfen Weil sie auf sich selbst und darauf, dass Javi auf sich selbst aufpassen kann, vertraute Ah, wie schön Gut, dann sag ich aber vielen, vielen Dank Und der Haarschnitt, es tut mir leid Clementine Es tut mir leid Genau, gut Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Tschüss 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 I'm gonna find you, AJ.